Das Spaghetti-Diagramm kommt aus dem Lean-Management und ist ein ganz prima Werkzeug zur Prozessanalyse, weil es den Prozessfluss in Ihrer Produktion oder in Ihrem Büro visuell darstellt. Man ist also direkt im Bilde im wortwörtlichen Sinne. Auf was man allerdings auf der Erstellung eines Spaghetti-Diagramms achten sollte und welche Grundregeln bei der anschließenden Layout-Verbesserung befolgen sollte, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Das Spaghetti-Diagramm kommt zwar aus dem Lean-Management und da vor allem aus der Produktion, aber man kann es auch im Büro und Verwaltung wunderbar zur Prozessanalyse und zur Optimierung einsetzen. Wer also über Prozessanalyse mehr möchten müsste, für den haben wir hier weitere Videos verlinkt. Da gibt es eine ganze Reihe zum Thema Prozessanalyse. Aber zunächst einmal, was ist überhaupt ein Spaghetti-Diagramm? Es zeigt von oben einen Bereich in Ihrem Unternehmen, zum Beispiel einen Produktionsbereich oder ein Büro, also wie ein Grundriss. Und weil bei Lean alles einfach und praktisch sein soll, kommt es nicht darauf an, dass da alle Maße auf den letzten Millimeter mit dem Architekten abgestimmt sind, sondern dass eben alle wesentlichen Arbeitsbereiche zu erkennen sind. Und damit Sie das besser vorstellen können, habe ich hier ein Beispiel für Sie. Alle gezeigten Beispiele hier aus diesem Video haben wir auch nochmal in hoher Auflösung auf unserer Internetseite verlinkt, die Sie unten in der Videobeschreibung auch entsprechend finden. Da können Sie nochmal genau nachvollziehen und anschauen, möglicherweise auch herunterladen. Wir haben jetzt hier ein Layout von einem Produktionsbereich, wo es um die Produktion von Tischen geht. Das Rohmaterial kommt hier entsprechend rein. Dann haben wir da einen Bereich für die Zuführung von der Maschine zu der großen Säge, die hier oben ist. Nach der Säge quasi wird das Material weiter bearbeitet. Es wird gehobelt hier unten an der großen Hobelmaschine. Geht weiter zu einer Fräse, wo dann entsprechende Ausbuchtungen gefräst werden für Beschläge, Schrauben und Ähnliches. Und geht dann weiter zu entsprechender Endmontage eben hier bei den Montagetischen. Und hier unten haben wir ein Werkzeugregal, wo wir eben neben den Akkuschraubern eben für die Mitarbeiter hier auf den Montagetischen auch die entsprechenden Schneidwerkzeuge, zum Beispiel für die Säge, den Hobel oder die Fräse aufbewahren. Soweit erstmal das erste grobe Layout zu diesem Thema Tischproduktion. Und neben den festen Arbeitsplätzen oder Arbeitsstationen, wie eine größere Maschine, sollten Sie aber auch noch Hindernisse eintragen in Ihr Spaghetti-Diagramm. Das sind dann zum Beispiel typischerweise abgestellte Paletten mit roh- oder halbfertigwaren. Ich habe das auch erstmal hier ergänzt. Sie sehen hier im Video auch entsprechend, wir haben hier Material eben, was nach der Säge auf entsprechende Paletten gestapelt wird. Das Ganze geht dann weiter runter. Hier wiederum Material vor dem Hobel, der entsprechend aufgelegt werden muss. Danach geht das Material eben über weitere Paletten Richtung Fräse. Nach der Fräse haben wir wieder das entsprechend bearbeilte Material. Hier drüben haben wir eine große Materiallagerung letztendlich mit Beschlägen, Schrauben, Zwischenprodukten und so weiter. Und nach den Arbeitstischen hier für die Montage haben wir dann die fertigen Endprodukte. Aber was macht man jetzt eigentlich damit mit diesem Grundriss? Man beobachtet die Wege des Materials sowie die Laufwege der Mitarbeiter und versucht durch geschicktes Ändern der Anordnung einen Fluss in den Materialstrom zu bringen. Und weil bei Lean eigentlich alles immer ganz einfach und praktisch ist, macht man das eben tatsächlich, indem man jetzt hier reinmalt. Wir haben jetzt hier einen Mitarbeiter, der eben entsprechend hier das Material zuführt und wieder wegbringt. Und hier wieder zuführt und wieder wegbringt. Dann läuft er entsprechend mit dem Palettenwagen hier rüber und stellt es beim Hobel ab. Danach geht es wieder zurück und wieder davor. Auch hier haben wir den Mitarbeiter, der das Material zuführt und wieder zurückbringt. Nach der Fräse hier entsprechend wird es darauf gebracht. Von dort aus geht es zum Montagetisch. Der Montagetisch holt sich hier entsprechend das Werkzeug und seine Beschläge hier raus. Hier ist genau das Gleiche. Die laufen da rüber. Ab und zu braucht dann hier auch der Mann von der Fräse mal entsprechende Werkzeuge. Geht wieder zurück. Das Gleiche ist auch hier vom Hobel. Geht vor und wieder zurück. Ach ja, das Fertigmaterial. Richtig. Wenn das Fertigmaterial fertig abgabelt ist, geht es hier hinten entsprechend wieder raus. Also hier das Material geht hier in Schlangenhine wieder raus. Sie sehen letztendlich, genau deswegen heißt es auch Spaghetti-Diagramm, weil es eben aussieht wie ein großer Haufen mit Spaghetti. Aber Sie sehen sehr eindrucksvoll und auch sehr visuell eben, wo die Laufwege in dem Unternehmen entsprechend verlaufen. Aber was macht man jetzt mit dieser Erkenntnis? Man hat jetzt ein Spaghetti-Diagramm. Man hat die entsprechenden Laufwege aufgezeichnet. Was passiert jetzt wirklich? Wie kann man das entsprechend verbessern? Und in meinem Beispiel wurden zwei Maschinen versetzt, was ich Ihnen gleich zeige. Und an einer Hallenwand konnte ein Tor eingebaut werden. So sieht es das neue Layout entsprechend aus. Das heißt, Material wird nach wie vor hier zugeführt. Aber von der Säge aus gibt es zum Beispiel eine Rollenbahn, die direkt das Material zum Hobel bringt. Und vom Hobel entsprechend konnte man die ganzen Teile eben tatsächlich hier runterbringen zur Fräse. Das war leider nicht anders zu machen, weil hier eben entsprechend eine Rollenbahn sehr schwierig war, weil da ein Durchgang entsprechend noch gebraucht worden ist. Nach der Fräse kommt das Material aber letztendlich hierher und die beiden Mitarbeiter von den Montagetischen bedienen sich nur hier. Das Fertigmaterial, was entsprechend hier bearbeitet worden ist, konnte eben durch das neue Tor hier unten an der entsprechenden Halle eingebaut werden, tatsächlich auch hier unten entsprechend wieder rausgebracht werden. Nehmen wir mal hier so vor. Die Werkzeugregale, die konnten auch entsprechend verändert werden. Man hat nämlich getrennt einmal die Werkzeuge, die man in den Montagetischen braucht. Das sind quasi die hier gewesen, dass die Mitarbeiter hier recht kurze Laufwege haben zu den entsprechenden Montagetischen. Und wir konnten quasi ein Werkzeugregal mit den Schneidwerkzeugen für die größeren Maschinen hier entsprechend platzieren. Das heißt, auch die Laufwege entsprechend von den Großmaschinen zu den Regal waren deutlich kürzer. Und damit sieht man auch schon auf den ersten Blick, dass es eben relativ viel bringt, wenn man das Layout vielleicht entsprechend verändern kann. Mit dem Spaghetti-Diagramm als Teil der Prozessanalyse konnten also folgende Verbesserungen wirklich erreicht werden. Die Maschinen sind besser angeordnet, sodass ein verbesserter Materialfluss erreicht wurde. Und an der Stelle konnten zwei Maschinen über eine Rollenbahn direkt miteinander verbunden werden, was den Materialtransport und den damit herumstehenden Paletten überflüssig gemacht hat. Also direkt tatsächlich von der Säge konnte eben zum Hobel eine Rollenbahn gebaut werden, das Teil für Teil, so wie es aus der Säge kam, direkt in den Hobel konnte. Der Materialfluss ist sicherlich jetzt noch nicht ganz optimal, aber der Investitionsaufwand hat sich wirklich auch in Grenzen gehalten und hat sich eben an das vorhandene Hallenlayout, muss man sich entsprechend halten. Also man war nicht völlig frei in der Gestaltung, sondern man musste sich das schon anschauen, wie es entsprechend mit dem Hallenlayout funktioniert. Und durch die Trennung des Werkzeugregals in die Werkzeuge für die Montagetische, also Ersatzakkus zum Beispiel, Schrauberbits und Ähnliches und die Schneidwerkzeuge für die großen Maschinen, haben sich auch die Werkzeuge an die Maschinen und an die Arbeitsplätze sind da deutlich näher herangerückt, was die Rüstzeiten von den großen Maschinen deutlich verkürzt hat. Ein Montageplatz ist nun näher am Werkzeugregal und damit haben wir eben auch eingesparte Laufwerke. An eine Hallenwand konnten wir wirklich ein Tor einbauen, was den Abtransport eben der Fertigware deutlich verbessert und beschleunigt hat. Und in Summe ist damit der gesamte Produktionsflass einfach fließender und sehr viel leistungsfähiger gestaltet worden. Also es konnte wirklich mehr und schneller produziert werden. Und das hat auch dann die Bestände an den Zwischenprodukten, diese großen orangen Kästen quasi, deutlich sinken lassen und es wurde deutlich mehr Platz in der Halle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, in dem ich ein weiteres, spannendes Tool zur Prozessanalyse vorstelle. Herzlichst, Ihr Axel Schröner.